Hallo Leute, hier wieder euer Tozo mit Let's Play Fable Afterwards und heute das ist ein Spezialvideo. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass einer unserer Clubmitglieder heute Geburtstag hat und deswegen feiern wir hier ein bisschen ab. Gut tanzen kann er zwar nicht, aber was soll's. Also das Video ist für Mr. Grizzly X. Alter Freund, alles Gute wünsche ich dir. Und ja, was gibt's zu ihm zu sagen? Der junge Mann hat im letzten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts am 2.2. das Licht der Welt erblickt. Shake it baby! Und ja, ist ein Let's Player, macht das Beste aus seiner Hardware, was geht. Kommt echt cool rüber. Und Antialkoholiker, ich nehme auch an, dass er Nichtraucher ist. Sozial engagiert, also echt ein cooler Typ. Ihr sollt da mal auf seinen Kanal schauen. Und er hat sich ja schon lange gewünscht, dass wir hier einmal sterben. In diesem Game. Und ich glaube, das kann ich dir ja erfüllen einmal. Das heißt, wir haben jetzt die Waffen ausgerüstet, die am wenigsten gelevelt sind. Also Heldenpistole und Heldenschwert. Ich glaube, die haben am wenigsten Schaden. Und noch dazu werden wir jetzt dann gleich ein paar Sachen verkaufen. Und ich denke, ein paar Mal sterben heute. Wir sehen uns gleich. Okay? Und da werden wir die Sachen verkaufen, die wir jetzt nicht brauchen. Nämlich Gesundheitstränke, gell? Dreimal, einmal, zweimal, dreimal. Und dann schauen wir noch einmal, was wir am Essen dabei haben. Das Hammelfleisch passt. Okay. Gut. Das nehmen wir mit. Also dann suchen wir uns was gefährliches aus, was wir noch nicht hatten. Und ich denke da eigentlich an Aurora. Da gibt es noch irgendwo ein Geheimnis, wurde mir verraten. Und schauen wir mal, was da passiert. Bis gleich. Und schon sind wir am verschleierten Weg. Dort waren wir schon einmal. Dort wohnt der Einsieler. Und da kommen auch diese Latex-Mädels und diese Maschinen auf uns zu. Und gleich werden wir sehen, wie würdevoll wir sterben. Na kommt's. Strengt euch doch ein bisschen an. Ja. 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 Na komm. Komm 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 komm. Die schlägt unseren Hund. Also Herausforderung waren die Mädels ja noch nicht. Aber es wird ja sicher noch härter werden. Da sind sie ja schon. Die schlägt den Hund. Naja, ich will ja nicht sagen, das waren nur Frauen, aber es war schon mal mehr. Naja, ich will ja nicht sagen, das war schon mal. Wer schießt da die ganze Zeit? Schau. Leute, habt ihr das gesehen? Ja, cooler Move. Wir sollten das öfters machen. Und jetzt geht's los. Ja, ich will ja nicht sagen, das war schon mal. Leute, strengt euch doch ein bisschen an. Ja. So, jetzt sind wir wieder los. Gut. Und da war irgendwo ein Zugang zu einem Versteck. Dieser Dack ist herrlich. Hau bloß ab, sonst ist er hin. Leute, auf geht's. Hau bloß ab, sonst ist er. Ja, ich will ja nicht sagen, das war schon mal. Ja, ich will ja nicht sagen, das war schon mal. Ich will ja nicht sagen, das war schon mal. Aber es ist das, wenn man so unbedeutend ist. Ja, Quatschkopf. Oh! 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 Leute! Das war's! Ja! Oh! Das war der erste Tod! Oh! 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 Der holt Verstärkung jetzt! Oh! Oh! und das zweite Mal und das dritte Mal und das vierte Mal Also, Leute, jetzt ist aber genug, gell? Ja, leider nicht die Beste! Hallo, Jungs! Haha, also Grieslein! Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht, wir haben jetzt viermal mit dem Sensenmann getanzt und das war ja echt cool. Das sind doch immer Jungs. Da ist noch so ein Heinze. Aber jetzt spielen wir uns nicht, oder? Das war's. Ruhige Musik Kommts meine Jungs Schnell noch Ja Das ist eine Slasherei, Grizzly. War es das für dich? Kommt das gut? Ja, und jetzt, kommen wir wieder rein. Fuck. Leute, leider. Also, wir haben es probiert und ich suche jetzt da noch den Eingang zu einem versteckten Schatz. Aber ich wünsche dir noch alles Gute und ich hoffe, du hattest Spaß an diesem Video. Extra für dich viermal gestorben, das wird, glaube ich, reichen für heute. Und wenn ich den Eingang noch finde, dann sage ich es dir und wir sehen uns gleich wieder. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß an diesem Tag, an deinem Ehrentag und natürlich von unserem Kanal, alle unsere Mitglieder. Es wäre schön, wenn ihr ihn gratulieren würdet. Das war euer Toso. Okay, viel Spaß.